hier weiter aber hier geht es nicht an es kommt hier gar nicht rein was ist das jetzt das ist das super gut nacht ich könnte mich ja knuddeln und abknutschen weil ich so geil bin ernsthaft warte mal jetzt hört er auf ernsthaft was denn sehr gut er ging gerade vorne ans fenster dran es geht auch noch um was los mit dem der und muss ich wieder ein schaden hasch mich hat er frei kennt ihr wenn man schaden war es warum machst du mich ich habe immer ein schaden war ja du machst mich innerlich mein herz bricht davon also ich lange nicht mehr vorbeigeguckt habe bei specki ok sagt mir bitte noch nichts ich muss das nachher angucken du wirst lachen ok ich lache jetzt schon vor allem bei specki ich habe noch 13 von den dingern da muss ich auch noch eine maschine einfallen lassen ich glaube das filmt auch noch der vogel ach du scheiße so das muss noch gemacht werden das muss noch gemacht werden ich kann das als nächstes mal machen z2 und ich bin mir nicht mehr der hat gestreamt ja mit einem zuschauer oder was keine ahnung keine ahnung na Maximum ja weiß ich dir der einmal geschickt habe ne was Wir waren ja mit 517 Ich frag mich nicht wo die einmal herkamen Wie hell? Na wo ich den Link geschickt hab, wo wir hier unten bei mir gestreamt haben aus Langeweile Achso So Ich kann dir nicht sagen woher Keine Ahnung Ich fand's einfach nur witzig Trotzdem warst du nur scheiße Ja und? Ja und? Ja und? Wir flaschen da Ja und? So Liquid im Tank und dann gib Gas 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 Gib doch mal Gas Oh mein Flash wäre herrschig Oh ja Oh ja Das ist standardmäßig bei uns Was denn? Wie ist das Passwort? Ja War nicht laut genug Du kommst hier nicht rein Nächstes Faktor Scheiße Ich würde echt gerne mal wissen, was die Leute denken Dass du schaden hast Dass die Videos auch noch antun Ja, das frage ich mich manchmal auch Ich frage mich auch, warum einfach so viele Leute einen abonnieren Das ist noch viel denkwürdiger Naja, man muss sich das eigentlich auch selber fragen Wenn man Leute abonniert, ne? Mhm Aber so ist das halt Ja, so ist das Leben Boah, ich krieg grad Hunger Ich auch Das kommt aber Nee, hab ich nicht Doch gesagt Ja, ne Kleinigkeit, wow Achso, ein Negerkuss Hehehe Scheiße, da auf den Teller, Alter Verkauf ich dir das als Rinderwurst oder sowas Hey Als braune Wurst Eine Kleinigkeit hat er den Jetzt neu, die Megawurst Genau Jetzt neu, die Shitterwurst Äh Was meinst du, was kommt davon? Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte Wo war ich denn stehen geblieben? Schlecht Ich meinte irgendwas mit Hunger und das kommt davon Also Achso, das kommt davon, weil wir Oder ich dir gesagt haben Wann bist du zu Hause? 15 Uhr? Da dachte ich im Nachhinein Ja Ich habe gedacht Dass es möglich wäre, dass wir um 15 Uhr direkt aufnehmen Nein Was kommt nachher hinaus? Wir nehmen kurz vor 5 auf Ja Bin eingedöst Du? Ja Bin so ein bisschen eingedöst Ich habe noch schnell was probiert mit dem Server Was ja nicht funktioniert Während das hochgeladen hat Bin ich weggedöst So ein bisschen Ahja Und dann hat Naki mich angestupst Äh Irgendwas mit Server Er kommt nicht auf die Er ist nicht auf der Whitelist Weil ich ihn runtergekickt habe Wieder Er ist nicht Ja, er ist nicht produktiv Solche Leute brauchen wir nicht drauf Nö Ich möchte damit drauf Ich habe genug Leute schon wieder runtergehauen Vor allem Leute, die haben angefangen zu bauen Und bauen nicht mehr weiter Habt ihr runtergeschmissen Ich sag doch Nimm mich da mit rein Du wolltest doch gar nicht Ja, ich habe momentan wieder meine Bauphase Kann ich machen Nach der Aufnahme Wenn du mir sagst, was ich machen muss Auch nur was Schönes hinbauen Was man da hinbauen machen kann Ja, toll Mich Ja Das übersteigt ja alles Wombrücken wir den Craft Detect Bauen Nochmal Bei Häuser Ja, lässt sich ja einrichten Du kennst ja Wenn ich eine kreative Phase Aber dann funktioniert das Weißt Eins, das haben wir schon angefangen zu bauen Deswegen Zwei, drei Stück brauchen wir auf jeden Fall da Mhm Und die restigen werden Werden selbst hingebaut dann Wenn das losgeht Das Schmetterling Fiegt mir direkt in die Angst rein eben BATZ Ja, aber wirklich So BATZ Weg war das Vieh Man, man, man Ach, die guten alten Schmetterlinge Aber die können da nicht rausfliegen Komplett, oder? Wie? Oder können die dann abhauen Weil ich will die ja dann fangen Irgendwann Wie sollen die denn abhauen können? Ja, du machst da eine komplette Glasfläche Dann drauf Ja Gut Ja, weil ich fang ja dann irgendwann wieder welche Ja Dann schmeiß ich die da einfach rein Muss nur ein Chunklau dann noch in dieses Ding rein Mhm So, dann machen wir das auch noch fertig hier Der Flash Der Flash hat mal einen Schaden Oh, jetzt hab ich keinen Egal, die bleiben da unten drunter Ja Cool Du ärgert mich doch nur Ja, aber das ist doch schlechtes Darum Keine Ahnung Keine Ahnung, aber nur darum Warum machst du das denn? Weißkern Nein Doch Weißkern Mal gucken, ob ich mir nach der Aufnahme zu essen mache Eine Schnitzel Ein Sandwich mit Mayonnaise und Salami Schick's nicht Fick dich 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 Ne, das mache ich nicht Fack Du möchtest die Aufgabe nicht abnehmen Ich möchte nicht, dass du die Aufgabe übernimmst Welche? Ja, was du gerade gesagt hast Keine Ahnung das böse wort mit f nicht von dir ja ich würde ja nicht bis ich mein typ so komme ich öfters gesagt ich weiß auch nicht warum häufig von meiner freundin möchte überhaupt nicht die weg ist bestimmt jeden tag zu dir nein doch nein das ist eine unterstellung die wahl das ich werde gemobbt von allen ja gehört sich doch so warum ist das mobbing auch fach komm ernsthaft ja ernsthaft warum ernsthaft ernst klaus schniedl alle mobben sie mich ja du musst auch gemobbt werden warum warum mal spaß bringt ok ok ich weiß aber das ist das lustige jetzt hätte ich das hier nie gemacht ich auch nicht weil du bin der biste jolo modus weil ich habe mitgezählter ich glaube wenn ich noch an dem tag noch mehr jolo modus gesagt habe dann werden die dreistellige zahl erreicht wie oft hast du das denn gesagt ich habe nicht mitgezählt war ich auch froh drüber zum ende habe ich ja fast nur noch jolo modus geschrien weil ich da reingerannt bin wie lehrer ja was denn das wird nachher das wird immer lustiger du hast ja gott sei mich zum ende durchgespielt und kennst das nicht alles centus ist beklebt eben hier weiß ich weiß weiß wie du scheiß weiß 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 ist keine Farbe. So. Und von Salatschrumpf der Bizeps. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Nene, 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 nene. Ich bin behindert. Er feiert das auch noch. Ja, und du würdest auch selbst mitfeiern. Ich bin behindert. Du bist behindert. Nein, das geht gar nicht gut. Ich bin behindert. Anscheinend geht es mir bald wieder gut. Mein Schnupfen ist auch bald schon wieder weg. Dann geht es wieder richtig los. Ja, kann ich auch. Dann geht das bei dem anderen Spiel auch richtig los. Ey, du Pimmel, du. Du Penis, du. Ich habe für Sparks, ne? Ja. Wenn wir so überlegt, wie schnell wir Monster ein bisschen fahren können. Einfach mal eine Stunde im Voraus ein Loch graben und da eine Falle reinzubauen. Weil eine Stunde das Loch auszubundeln, das würde Ewigkeiten dauern. Und das würde die Zuschauer einfach nur nerven. Glaube ich. Da kann man auch eine Mobfarmel bauen. Ja, wollte ich ja. 20 mal 20. Vier Flächen. Und dann gibt man einen Stoff. Ich meinte so ein Tau, wo die dann alle runterfallen. Ja, das ist... Kannst du ja immer... Kannst du ja weiternehmen. Hast du einen Schachtel in der Mitte, dann kannst du wieder einmal erweitern. Ja. Dann fallen die runter, dann machst du mit einem Knopfdruck, machst du einmal kurz Lava und dann kannst du ihn mit der Faust hauen. Mit der Faust hauen? Mit der Faust hauen. Fisten? Fisten, genau. Richtig schön, wenn der Creeper die Hand irgendwo reinschieben, wo der Creeper sein Loch hat. Ich weiß nicht, wo er es hat, aber... Gib zu, du weißt das doch. Näh! 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 Irgendwo zwischen seinen kleinen Beinchen und ohne Arme, ich weiß gar nicht... Wie kann sich eigentlich ein T-Rex einen runterholen? Mit seinen kurzen Armen. Wie bist du behindert? Näh, 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 näh. Das ist mir gerade so eingefallen. Jo. Das ist mir gerade mal so eingefallen. Ich bin ja flash, ich bin so doof. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Hast du das gehört? Nein. Okay. Doch hab ich! Okay. Pst! Okay! Pst! Pst, Bene! Pst! Pst! Okay. Ey, du! Ey, wir dürfen nicht so leise reden, dann ist das nachher nicht ne Aufnahme drin. Doch. Okay. Ach, du bist einfach kacke. Irgendwie du. Okay, nein. Pass das doch. Ah, mein Magen! Knurren auch. Knurren auch. So wie meiner. Ich glaube, ich sollte hin. Mann sagt, gib mir endlich Essen, du Arsch. Du bist kacke. Gib mir Essen. Hm. Meiner grummelt leicht. Hm. Aber ich will ja nicht sagen, dass wir einfach mal... Ne, das dauert zu lange. Was? Ich brauch einfach... Bis es mein Essen fertig ist, dauert das ne Viertelstunde. Ne, nein. Ne, bei mir dauert das auch zu lange. Halbe Stunde dauert das ungefähr. Ne, müssen wir uns jetzt... Müssen wir uns halt durchziehen jetzt. Ja. Müssen wir halt. Bleibt nichts anderes aus. Ist ja jetzt gut mit dir. Put put. Mit mir. Du 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 du. Ba lala.